Hallo ihr Lieben, hier ist Sandra, eure Ernährungstante wieder. Ich nehme heute die Folge 8 in Angriff zum Thema Abnehmen mit zwei Mahlzeiten. Ganz häufig erlebe ich es in der Praxis, dass die Patienten kommen und davon gehört haben, dass man mit zwei Mahlzeiten pro Tag, also wenn man nur zwei Mahlzeiten am Tag isst, auch Gewicht verlieren wird. So zumindest die Darstellung. Der Berufskollegen. Meine Erfahrung damit ist, ja, sehr verhalten. Für die, die schon einiges von mir gehört haben, kennen vielleicht die Antwort schon, dass ich da nicht so ganz von begeistert bin. Der Hintergrund ist folgender und ich werde euch jetzt einfach aufzeigen, was da passiert. Der Grundgedanke ist ja, wenn ich zwei Mahlzeiten esse, dass ich eine lange Zeit zwischendurch nichts esse und wenn ich nichts esse, das Körperfett abgebaut wird und dadurch sozusagen an Gewicht verliere. Wenn ich zwei Mahlzeiten pro Tag esse, wäre das ja in der Regel zum Beispiel Frühstück und Abendbrot, aber zwischendurch nichts. Meine Erfahrung ist, wenn die Patienten auf zwei Mahlzeiten gehen, also ich bin immer ganz erstaunt, was man alles machen kann. Ich übrigens könnte so lange gar nicht durchhalten. Dazu esse ich zu gerne und ich würde auch irgendwie Kopfschmerzen und alles Mögliche kriegen, wenn ich zu lange nichts esse. Und die Konzentration geht auch irgendwie weg. Also nochmal zurück, das heißt, wenn die Patienten zwei Mahlzeiten umsetzen und das auch gelesen und gehört haben, dann ist das leider wissenschaftlich nicht so ganz haltbar. Ich habe nochmal versucht, die Literatur so ein bisschen durchzuwälzen, ob es dazu intensivere Darstellungen gibt oder auch Studienverläufe. Also das, was ich gefunden habe, ist ja die drei Mahlzeiten-Geschichte Low Carb. Da verweise ich einfach nochmal auf den Podcast mit der Low Carb-Geschichte. Daraus abgeleitet hat man jetzt einfach eine Mahlzeit weggenommen und sagt dann, naja, nur zwei Mahlzeiten wären mit langen Nüchternphasen beziehungsweise langen Intervallfastenphasen wäre jetzt der Hit. Ja, ich glaube, dass man da etwas nicht überlegt hat, nämlich wie das wirkliche Leben ist. Und das wirkliche Leben zeigt auf, dass nicht alle Patienten, die unbedingt Gewicht verlieren wollen, nur in zwei Mahlzeiten laufen. Die meisten essen zwischendurch mal ein Stück Obst oder trinken nochmal ein Glas Saft, was sowieso schon keine zwei Mahlzeiten, sondern drei wären. Bei den zwei Mahlzeiten ist auch die Grundidee, lange Phasen des Nichtsessens zu haben, mit dem Gedanken, der Insulinspiegel geht runter und dann wird das Körperfett abgebaut. Also, was machen wir mit diesen ganzen Ergebnissen? Ich sage immer, wenn es so wäre und wenn es so gut funktionieren würde, dann würde ich, Sandra, was anderes machen. Nicht in meiner Praxis sitzen und nicht über das Thema Übergewicht reden, sondern, weiß ich nicht, keine Ahnung, Bilder malen, Musik machen. Ja, auf jeden Fall nicht über das Thema reden, wenn es funktionieren würde. Das heißt, die Zwei-Mahl-Zeiten-Geschichte ist am Ende auch nicht wirklich das Heilmittel. Natürlich ist es möglich, damit Gewicht zu verlieren für einen kurzen Zeitintervall. Ähnlich wie bei Low Carb ist ja hier die Funktion, dass eben Insulinberge runtergehen und man dadurch sozusagen besser Körperfett abbaut. Aber es zeigt sich auch wieder Jo-Jo-Effekt und es zeigt sich in dem Alltag auch, dass viele Leute es nicht durchhalten können. Wenn ich am Freitagabend eingeladen bin und auf eine Feier gehe und Alkohol trinke oder wenn man einfach was isst, weil man sich freut, dass man auf dem Geburtstag ist oder die Grillfeier im Sommer oder kommenden Weihnachtsfest oder Osterfest. Ihr wisst alle, wie das ist. Das heißt, häufig funktioniert es nicht unbedingt mit Zwei-Mahl-Zeiten, was also für den Alltag auch schon schwierig ist. Was übrigens auch nicht wissenschaftlich richtig hinterlegt ist, zumindest habe ich es nicht gefunden, dass es auch keine ausreichenden Gründe für eine lange Nüchternphase gibt. Also eine lange Nüchternphase oder eine lange Fastenphase oder auch Intervallfasten über 12, 14, 16, 18, 20 Stunden ist auch nicht so wirklich widerlegt. Es gibt zwar schon Ableitungen aus der Diabetologie mit dem Insulinspiegel. Das heißt, dass der Insulinspiegel runtergeht und immer dann, wenn nicht eine zu starke Ausschüttung von Insulin da ist, eben auch Körperfett abgebaut wird. Aber wir brauchen natürlich auch immer Energie, damit der Körper arbeiten kann. Und wenn er von außen keine Energie bekommt oder nicht ausreichend oder auch zu viel Energie verbraucht wird und ich nicht genügend Energie zuführe, was ja schon einen gewissen Kalorienpart an 1.500 Kalorien pro Tag Minimum ist, dann ist es so, dass auch die Gewichtsaufnahme häufig nicht funktioniert. Daher sind also auch so lange Nüchternphasen in Kombination mit, sag mal, falschem Essen und falschen, nach was wollte ich gerade sagen, zu langen Nüchternphasen in der Nacht natürlich auch nicht der richtige Weg. Also Fazit zu zwei Mahlzeiten. Schaut lieber, dass ihr regelmäßig esst. Wenn ihr eingeladen seid, wird es ja eh immer noch eine dritte Mahlzeit geben. Und sinnvoller ist es auch, das Essen auszutarieren mit mehreren Mahlzeiten. Dann bekommt der Körper genügend Kalorien. Ihr seid am Ende glücklich, weil es auch eine Serotoninausschüttung gibt, wenn wir was Leckeres regelmäßig essen. Der Körper bekommt immer wieder Energie, die er verbrauchen kann. Und wenn das im Gleichgewicht ist, Essen als auch Verbrauch, dann funktioniert es auch mit der Gewichtsabnahme. Für die, die kurzfristig was machen wollen und denen der Jojo-Effekt eventuell nicht ganz so wichtig ist, ja, da ist es möglich, drei oder zwei Mahlzeiten zu nutzen. Da die meisten Menschen doch gerne wollen und ihr sicherlich auch alle, dass das Gewicht langfristig runtergeht, ist ein moderater Bewegungsalltag oder Sport als auch regelmäßig Essen aus meiner persönlichen Erfahrung und das einfach auch mit den vielen Patienten die beste Methode, die es im Moment gibt, die eben auch Verhalten und die Alltagsstrukturen komplett mit einfließen lässt. So, nun habe ich euch einen kleinen Einblick zum Thema Abnehmen mit zwei Mahlzeiten gegeben. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Sandra. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.